So, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Special Webinar von Jim Street für unsere deutsche Community. Leider müssen wir heute etwas spontan etwas umschwenken. Eigentlich war angedacht, hier den CEO von MRSFX, den Jordan Markhoff als Special Guest mit dabei zu haben. Leider konnte er kurzfristig doch nicht dabei sein. Dafür werden wir dann aber in naher Zukunft einen Ersatztermin für euch veranstalten. Und um das Ganze aber jetzt hier nicht ins Wasser fallen zu lassen, machen wir es so, da wir viele neue Teilnehmer hier mit dabei haben, die Jim Street noch gar nicht kennen, machen wir einfach nochmal ein sehr kurz gehaltenes Starter-Webinar und anschließend eine kleine Update-Runde, denn es gibt auch für die bestehenden Mitglieder, aber auch für die neuen natürlich spannende News hier, was in Kürze an neuen Aktionen noch ansteht hier bei uns bei Jim Street. So, aber jetzt würde ich sagen, tauchen wir mal direkt ein für alle, die komplett neu dabei sind. Jim Street, Metaverse, was ist das Ganze eigentlich, was machen wir hier? Und wir fangen mal an mit unserem Slogan, ja, den wir uns so schön überlegt haben, der einfachste Weg, Finanzen zu erleben. Und jetzt im Laufe dieses Starter-Webinars, ja, werden wir immer mal wieder auf diese Tagline hier, auf unseren Leitspruch zurückkommen, wie meinen wir das Ganze eigentlich, ja, Finanzen erleben. Aber lass uns dafür erstmal ein bisschen Kontext herstellen. Und zwar, wir erschaffen hier ein Metaverse, eine virtuelle Welt, ja, und aber nicht irgendein Metaverse, sondern wir haben einen konkreten Anwendungszweck. Also unsere virtuelle Welt soll oder wird der erste Finanzdistrikt im Metaverse werden, ja. Metaverse ist einfach nur dieser Begriff für virtuelle Welten, wo du später auch mit VR-Technologie, mit einer Brille da drin, dich mit deinem eigenen virtuellen Charakter frei bewegen kannst, mit anderen interagieren kannst. Und langfristig gesehen wird es also immer mehr in die Richtung gehen, ja, dass unsere reale Welt mit der virtuellen Welt jetzt nicht komplett verschmelzen, aber das Thema virtuelle Welten wird auch immer mehr, immer normaler werden für uns. Ja, so wie irgendwann es mal so war, dass das erste Smartphone auf den Markt kam, als wir noch mit Tastenhandys unterwegs waren, na, und inzwischen ist es so, dass jeder ein Smartphone hat, das ist völlig normal und man wird kaum mehr jemanden finden, der noch ein altes Tastentelefon mit sich rumschleppt. So, aber da wir eben hier einen Finanzdistrikt im Metaverse erschaffen, erstes Thema Banking, ja, in engem Zusammenhang damit, und da einfach für die Kontextbildung einfach nochmal, stell dir mal vor, wie war denn das damals oder beziehungsweise erinnere dich mal, diejenigen von euch, die vielleicht schon ein bisschen länger auf diesem Planeten verweilen, ich selber bin Jahrgang 80, ich kann mich noch dunkel daran erinnern, aber bei mir geht es schon eigentlich in die Kindheit zurück, ja, dass ich so mein Knacks-Sparbuch hatte bei der Sparkasse, dann habe ich dann zu Weihnachten irgendwie von Oma, Opa ein bisschen Geld geschenkt bekommen, habe das dann da hingebracht und da eingezahlt und dann später auch mal mir was ausgezahlt, wenn ich mir irgendwelche tollen Spielsachen damit kaufen wollte, ja. Aber so kann ich mich dunkel noch daran erinnern, wie das war, dass du tatsächlich hingehen musstest zur Bankfiliale, da reingehen, vielleicht in der Schlange anstehen, warten, bis du dran bist, dann demjenigen erklären, was du eigentlich vorhattest, dem dein Sparbuch in die Hand drücken, die mussten das dann in irgendeinen Drucker legen, im Computer irgendwas eintippen, ja, dann wurde das dann da abgedruckt im Sparbuch, was du eingezahlt oder ausgezahlt hast, dann hast du es wieder zurückbekommen, musstest du wieder nach Hause dackeln und so weiter und das Ganze ging dann immer so hin und her. So war also Banking damals, auch wenn man nur eine einfache Überweisung machen wollte, mein Vater übrigens macht das bis heute so, also der lässt sich nicht vom Online-Banking überzeugen, allerdings ist es immerhin schon so einfach bei der Postbank, du schreibst deinen Überweisungsschein, füllst den Kugelschreiber aus, packst den Briefumschlag, wirfst es in den Briefkasten, also er muss auch nicht mehr wirklich in die Bankfiliale gehen, aber früher war das eben so, auch für einfache Dinge, ja, wenn du nur eine Überweisung machen wolltest, musstest du hingehen, vor Ort das Ausfüllen abgeben, damit die es in den Computer eintragen konnten. Irgendwann hat dann Online-Banking Einzug gefunden, ja, am Anfang ging das ja so los, du hast dann eine Tarnliste nach Hause geschickt bekommen, ja, wo du dann auch noch, du konntest dich zwar online einloggen in dein Konto, eine Überweisung machen, musstest dann aber auch noch händisch auf so einer Liste durchstreichen, so hat das Ganze dann angefangen, aber soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich eigentlich auch immer schon Online-Banking genutzt, und möchte es auch nicht mehr missen, ja, also heute ist das eigentlich der Standard und in die Bankfiliale gehst du im Grunde nur noch, wenn du etwas Spezielles vorhast. Vielleicht willst du dich tatsächlich über Fonds sparen oder Riester oder einen Bausparvertrag, wenn man noch so, sag ich mal, im klassischen Bereich unterwegs ist, da würde man dann vielleicht doch nochmal in die Bankfiliale gehen, aber für alles Alltägliche, was unsere persönlichen Bankgeschäfte angeht, nutzen wir heutzutage eben das Online-Banking. Das bringt uns viele Vorteile, hauptsächlich Zeitersparnis, ja, und dass wir nicht irgendwo hinfahren müssen, und es wird auch deutlich günstiger insgesamt dadurch. Allerdings muss man auch wieder sagen, bei all den Vorteilen, was uns das Online-Banking bietet, sind wir doch mal ehrlich, einen riesengroßen Vorteil hatte das Ganze damals doch schon, und man sieht es hier auf dem Bild schon, es waren die Leute, ja, also dieser persönliche Kontakt, das ist das, was man beim Online-Banking, sind wir mal ehrlich, doch tatsächlich ein Stück weit vermisst, der bei all der Zeitersparnis, du musst nicht extra irgendwo hinfahren, kannst auch von unterwegs mal schnell übers Handy eine Überweisung machen heutzutage, alles super, wie gesagt, ich möchte es nicht missen, aber dieser persönliche Kontakt, was man eben auch noch hat, wenn man in die Bankfiliale geht, ist doch eigentlich was Schönes, das wir als Menschen, die wir ja nun mal sind, sehr schätzen. So, und jetzt kommen wir zu diesem, was ich sagte, reale Welt, virtuelle Welt, das Ganze wird dann vielleicht ein Stück weit verschmelzen, und zwar könnte das dann so aussehen, beziehungsweise werden wir sogar schon bei uns, bei Jim Street so weit gehen, zu sagen, wird das Ganze so aussehen. Und jetzt sind wir schon drin im Thema Metaverse. Kann diese Erfahrung, Bankfiliale, persönlicher Kontakt, zurückbringen in die Online-Welt, Online-Banking, ja, ich springe nochmal kurz zurück, diese Vorteile, diese Vorteile, reale Welt, virtuelle Welt, verschmelzen, und beide Vorteile zusammenbringen, in die Online-Welt, mittels Virtual Reality, im Metaverse, ja, und jetzt, hier auf dem Bild, hast du schon so eine erste Vorstellung davon, ja, wie das bei uns dann aussehen wird, wer den Vorteil genießt, bei Frank vor Ort, in Frauenfeld mit dabei zu sein, kann auch mal selber die Brille aufsetzen, hier mal selber eintauchen, und schon mal dieses, dieses Erlebnis, ja, auch mal für sich selber kennenlernen, und da sind wir eigentlich auch schon wieder bei dem Spruch, der einfachste Weg, Finanzen zu erleben, denn wenn du hier eintauchst, in diese virtuelle Welt, dann gehst du nicht einfach nur in diese virtuelle Bankfiliale, und gibst deinen Überweisungsschein ab, und gehst wieder raus, es ist tatsächlich, hauptsächlich deswegen natürlich, weil es jetzt noch neu ist, ja, wir entdecken das Ganze jetzt erst, diesen neuen Trend, virtuelle Welt, und das alles noch im Entstehen, dementsprechend auch etwas aufregender, und dadurch kommt dieses Erlebnis zustande, so, und wenn wir jetzt nochmal, beziehungsweise kommen wir darauf jetzt beim nächsten Beispiel, besser gesagt, dann springe ich mal weiter auf die nächste Folie, das ist jetzt ein Screenshot von einer Webseite, siehst du hier, Alpaca Finance, das ist eine sogenannte DeFi, das ist die Kurzform für Decentralized Finance, dezentrale Finanzen, Alpaca Finance, mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen, für eines unserer Produkte, das wir bereits heute schon anbieten, in unserem Metaverse, im ersten Finanzdistrikt im Metaverse, so, Alpaca Finance ist im Grunde eine Online-Plattform, wo du dich dezentral, mit deiner eigenen dezentralen Kryptowährungs-Wallet anmelden kannst, und kannst dort Kryptowährungen einzahlen, um darauf Zinsen zu verdienen, so im Wesentlichen zusammengefasst ist es das, man kann da zwar noch einiges mehr machen, und wie du hier schon siehst, jetzt stell dir mal vor, du bist neu, hast irgendwie von DeFi gehört, denkst, wow, spannendes Thema, möchte ich mir mal angucken, wie sieht denn das Ganze aus, was kann ich denn da machen, ich habe gehört, hier gibt es ein bisschen mehr Zinsen zu verdienen, als bei der Bank, ja, und du kannst hier schon sehen, so relativ solide Sachen, also sogar Stablecoins, ja, also das sind stabile Kryptowährungen, die sich nach dem Wert des US-Dollar zum Beispiel hier orientieren, daran geknüpft sind, verdienst du hier 4%, geh mal in die Bank und frag mal, ich zahle hier mal Euro, eigentlich kriege ich 4% im Jahr, ja, jetzt bei den Zinserhöhungen kommt man vielleicht wieder langsam dahin, aber ich denke, das ist schon noch etwas höher, als das, was du dort bei dir in deiner klassischen Bankfilale finden wirst, so, Problem ist nur, du kommst jetzt hier auf diese Webseite, es ist einfach irre, umständlich und kompliziert, wenn du dich nicht auskettst und nicht weißt, was du hier zu tun hast, du bist verloren, klar, hier unten kannst du so ein Chatbot anklicken, und mit dem ein paar Fragen stellen, aber ob der irgendwie in der Lage ist, dich hier als Einsteiger an die Sache heranzuführen, möchte ich mal bezweifeln und das ist eben genau das, ja, dann springe ich jetzt schon mal weiter, wo wir auch hier wieder mit der virtuellen Welt die Möglichkeit haben, dir eine komplett neue Kundenerfahrung zu bieten und das ist übrigens nicht nur, was wir dir als Kunden bieten können, sondern was wir auch unseren Geschäftspartnern, in dem Fall jetzt eben Alpaca Finance, zur Verfügung stellen, dass die, wenn sie bei uns im Metaverse eine virtuelle Filiale eröffnen, die Möglichkeit haben, eben diese neue Kundenerfahrung auch dann ihren Kunden dementsprechend anzubieten und jetzt sind wir an dem Punkt, was ich gerade sagen wollte, stell dir vor, du bist hier, das ist jetzt flach, ja, flat, du siehst das auf dem Bildschirm, aber du sitzt noch vor der Seite, vor dem Bildschirm, vielleicht kennen einige von euch noch diesen Film Tron, wo die Leute so in den Computer reingesaugt werden und auf einmal sind sie dann da drin und flitzen auf den ganzen Datenautobahnen da mit irgendwelchen Hightech-digitalen Motorrädern rum und so und so ein bisschen kann man sich das jetzt hier vielleicht vorstellen, wir zoomen uns jetzt mal rein und jetzt sind wir plötzlich drin in der Webseite, ja und jetzt kannst du hier reingehen in die Filiale von Alpaca Finance, findest da nicht irgendwelche komplizierten Zahlen und hier verknüpfen und da klicken und nicht wissen, was du zu tun hast, sondern du kommst hier rein, es ist ein schöner Raum, du kannst dich erstmal umschauen, ja, kannst ein bisschen ankommen, dann kannst du hier an den Schalter gehen, kannst dort einen Service-Avatar, wir nennen das Ganze Avataric Consulting, also Beratung durch einen virtuellen Avatar, kannst den ansprechen, kannst dem Fragen stellen, der kann dir das erklären, wie das funktioniert, was ist das, die Centralized Finance und so fort und übrigens auch das Thema künstliche Intelligenz wird dann hier schon Einzug finden, denn wer mal ein bisschen mit Chat-AI, Chat-GPT rumgespielt hat, ja, mit den Chatbots, die jetzt gerade hier ganz groß im Trend sind, da wirst du merken, also wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Technologie und wenn wir uns jetzt mal das Ganze noch ein Jahr weiterspielen, ist es äußerst gut vorstellbar, dass du dich hier mit einem KI-Chatbot sozusagen in Form eines virtuellen Avatars unterhältst, aber es wird sich für dich anfühlen, als wäre auf der anderen Seite eine reale Person, ja, also so gut sind wir da mittlerweile mit der Technologie, allerdings es könnte auch eine reale Person auf der anderen Seite sich befinden, ein Bankmitarbeiter, der seinerseits vielleicht in der Filiale oder wo auch immer im Homeoffice die VR-Brille auf hat, ihr trefft euch beide in der virtuellen Welt, im virtuellen Raum bei uns, im ersten Finanzdistrikt, im Metaverse und du lässt dich dort persönlich beraten und das ist eben die Möglichkeit, die wir hier haben, die komplett neue Kundenerfahrung zu bieten. Nun geht es bei uns nicht ausschließlich nur um Banking, noch einiges mehr, denn wir sind ja nicht einfach nur eine Bankfiliale, sondern ein Finanzdistrikt im Metaverse, den wir hier erschaffen wollen. Aber um nochmal auf dieses Beispiel zurückzukommen, wo würdest du dich jetzt eher überzeugen lassen? Du möchtest mehr über DeFi erfahren, möchtest das vielleicht nochmal selber ausprobieren, würdest du lieber hier auf die Webseite kommen, wo du komplett alleine bist, hast keinen Support, keine klaren Instruktionen oder würdest du lieber die VR-Brille aufsetzen bei uns in unsere virtuelle Welt, komm ins Metaverse, hier reingehen in die Filiale von Apaka Finance, wo du Leute um dich herum hast, Mitarbeiter, die du fragen kannst und die da sind, um dir zu helfen. Ich denke, das ist ein Stück weit natürlich eine rhetorische Frage, also von mir selber ausgehend behaupte ich mal, dass der Großteil der Leute sich eher hier zur rechten Seite hingezogen fühlt und das ist eben genau das, was du bei uns bekommst. Das ist das, was wir hier erschaffen und dabei sind umzusetzen mit unserem Metaverse. So und jetzt sind wir auch schon wieder dabei, Jim Street, der erste Finanzdistrikt im Metaverse. Das ist der Ort, wo du Finanzen nicht nur nutzen oder anwenden kannst, sondern erleben, Finanzen erleben. Und so kannst du dir vorstellen, jetzt gucken wir mal von oben drauf, aus der Vogelperspektive. Wer früher mal gerne SimCity gespielt hat, der kennt das sicherlich noch. Und hier kannst du dir jetzt vorstellen, läufst du selber herum. Du tauchst jetzt hier ein in diese Welt mit deinem eigenen persönlichen Avatar. Du kannst übrigens den Metaverse dir, deine Figur so gestalten, wie du es gerne möchtest. Du kannst also, wenn du Arnold Schwarzenegger cool findest oder möchtest gerne wie, jetzt fällt mir kein weibliches Pendant dazu ein, aber wie auch immer, du kannst dir hier deinen persönlichen Avatar gestalten, wie es dir gerne Spaß macht, hier drin dann umherlaufen in der virtuellen Welt und dann zum Beispiel in die Bankfiliale kommen, in unsere Decentralized Finance Filiale. Hier da unten sehen wir das Gebäude von Alpaca Finance. Wenn wir jetzt mal eins weiterhüpfen, das ist jetzt praktisch die Außenansicht. Da eben waren wir drinnen in der Filiale, jetzt stehen wir draußen vor dem Gebäude. Ihr eigenes Gebäude in Jim Street, damit haben wir auf der Crypto Expo geworben, das eben unsere Geschäftspartner. Jeder erhält sein eigenes Gebäude. Übrigens, solltest du selber auch ein Online-Business zum Beispiel haben. Oder auch ein normales Geschäft. Zum Beispiel Frank hat ja sein Büro im Office Space von WorkIn und die haben sich auch bereits ihr Stück Land gesichert bei uns im Metaverse, damit sie dann später, wenn wir dann so weit sind, unsere virtuelle Welt, wenn wir live gehen, dann können die auch eine virtuelle Filiale eröffnen dort, wo die Menschen dann im virtuellen Office Space sich treffen können, um dort zum Beispiel Meetings durchzuführen. Und so wird das Ganze sein. Du läufst dann hier rum, stehst dann hier draußen, denkst, ach Alpaca Finance, Decentralized Finance, möchte ich mich drüber informieren, kommst dann eben hier reingelaufen und eben waren wir ja schon drinnen im Gebäude. So sieht das Ganze dann aus und kannst dich da eben persönlich beraten lassen. Und hier sehen wir jetzt die Unternehmen und Partnerschaften, die wir bereits heute schon an Bord geholt haben, für uns Gewinnkonten. Es werden aber regelmäßig, kommen immer wieder neue mit hinzu. Ja, einfach nur Alpaca Finance haben wir ja schon kennengelernt, um noch ein paar zu nennen. Gym Network, das ist unsere eigene DeFi-Plattform eben, wo wir mit Alpaca Finance zusammenarbeiten, um ihre Produkte bei uns anzubieten. CashFT, unsere eigene Krypto-Card, die wir vor kurzer Zeit rausgebracht haben, aber auch einige externe Partner sind schon mit an Bord. XT, Albank, zwei große Krypto-Exchanges sind mit dabei. Workin haben wir gerade darüber gesprochen. Armin Derak, werden wir auch am Ende nochmal drauf zurückkommen. Ein sehr, sehr spannendes Thema. IvanPay, innovative Payment-Solution, wie du mit Kryptowährungen bezahlen kannst, wenn du ins Restaurant gehst, zum Beispiel in Dubai, haben sie schon viele Partner gewonnen, wo du vor Ort mit Kryptowährungen bezahlen kannst. So auch unter anderem mit unserem hauseigenen Metaverse-Token. Also einige Partnerschaften, da haben wir schon etabliert und es werden regelmäßig mehr. Und wenn du dich mal noch ein bisschen umschauen möchtest, kann ich dir empfehlen, geh mal bei uns auf den YouTube-Kanal, da findest du die Gymstreet-Metaverse-VR-Virtual-Reality-Showcase-Playliste. Und da sind so einige Animationen, die sind immer so 30 Sekunden bis eine Minute lang, wo du dir mal anschauen kannst, die Gebäude-Animationen unserer Partner. Wie gesagt, jeder Geschäftspartner, der sich uns anschließt, der bei uns eine virtuelle Filiale eröffnet im ersten Finanzdistrikt, im Metaverse. Und übrigens, die meisten Geschäftspartner kommen natürlich aus dem Bereich Finanzen, aber es gibt auch welche, wie das bereits genannte Workin, die das einfach spannend finden und hier im Metaverse auch ihre Filiale bei uns eröffnen möchten. Und da kannst du schon mal einen ersten Eindruck gewinnen hier auf dieser Playlist, wie das mal später bei uns aussehen wird, diese virtuelle Welt. So, und hier kann ich dir auch schon mal einen ersten Einblick geben. Ja, wir haben auch eine Metaverse-Demo. Das komplette Video findest du ebenfalls auf unserem YouTube-Kanal. Hier ist jetzt eine etwas gekürzte Fassung davon. Dann drücke ich hier einfach mal Play, mach das ein bisschen leiser, um die Hintergrundgeräusche runterzuregeln. Und hier sehen wir jetzt, guck mal, das ist ein Mitarbeiter von Immerse FX. Ja, das ist übrigens die Firma, die im Hintergrund für uns das Metaverse kreiert. Das ist eine Visual Effects Firma, die aus dem Filmbusiness eigentlich kommen, ja, die die visuellen Effekte geliefert haben für große Hollywood-Blockbuster, unter anderem Expendables, kennt ihr vielleicht, Sylvester Stallone, Jason Stetham, bereits genannt, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, ja, die ganzen guten alten Actionhelden, sind dort versammelt. Da haben sie die visuellen Effekte dafür geliefert, aber auch für einige andere Actionfilme haben mit Größen wie Kevin Costner, Gerard Butler oder Antonio Banderas schon zusammengearbeitet, um sie auf der Leinwand eben entsprechend gut aussehen zu lassen. Und hier siehst du jetzt einen dieser Mitarbeiter, die eben für uns die virtuelle Welt erschaffen, kann man ja sagen. Das ist eben eine 3D-virtuelle Welt. Du setzt dich hier die Brille auf und dann tauchst du ein und kannst dich dort frei bewegen. Das ist jetzt hier noch ein Prototyp. Du siehst also hier zum Beispiel die Fahrzeuge und Figuren. Alles ist statisch, ja. Man kann sich zwar selber dort frei bewegen. Jetzt sind wir hier drin in der Filiale, was wir eben schon auf dem Bild gesehen haben. Und so wie er sich hier umsieht, ja, guck mal ein bisschen, wie er den Kopf neigt, schaut er sich auch hier um. Das ist eben das Geniale mit der VR-Technologie. Also mit dieser Brille, du tauchst wirklich ein. Du sitzt nicht mehr nur davor, sondern du bist mittendrin, ja. Der einfachste Weg, Finanzen zu erleben. Und so hast du jetzt hier schon mal eine erste Vorstellung. Und zum Beispiel wird es auch so sein, natürlich, dass du nicht nur mit anderen Leuten hier, Avataren interagieren kannst, sondern du kannst auch mit Gegenständen interagieren. Jetzt hier zum Beispiel macht er gerade ein Selfie im Metaverse. Schau mal, er geht in die Selfie-Position. Dann kann er sich dann hier auf dem digitalen iPad intern hier seinen Dashboard ansehen zum Beispiel. Ja, das ist nur, um dir mal eine erste Vorstellung dessen zu vermitteln, wie das Ganze dann hier bei uns aussehen wird und wie du auch dann in dieser Welt eben mit der virtuellen Welt entsprechend interagieren kannst. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen Schluckwasser haben, bevor es gleich weitergeht. Genau. So, und jetzt sind wir bei dem Punkt Gymstreet-Produkte. Was sind denn die ersten Produkte neben der DeFi-Plattform, unseren Partner-Exchanges, worüber wir bereits gesprochen haben? Was sind denn die konkreten Produkte, die du erwerben kannst in allererster Linie, um einen Anteil an unserem Metaverse, am Finanzdistrikt im Metaverse zu erwerben? Ja, wir werden gleich nochmal ein schönes Beispiel dazu bringen, aber als allererstes Mal ist wichtig zu wissen, es beginnt immer mit einem Stück Land, dein Fundament im Metaverse. Wenn du jetzt mal da rausgehst und fängst an, ein bisschen bei Google zu recherchieren, Metaverse, was ist denn das und welche gibt es denn da schon, wirst du sehr schnell wahrscheinlich auf bekannte Metaverses wie die Central Land oder The Sandbox stoßen und auch dort ist es so, dass diese Welten immer darauf basieren, dass Menschen dort virtuelles Land erwerben, um dann mit ihrem virtuellen Land alle möglichen Sachen umzusetzen. Du kannst dort Gebäude platzieren, du kannst Bäume pflanzen, virtuelle Bäume, du kannst aber auch zum Beispiel, wenn, hatten wir gerade gesagt, unsere Geschäftspartner bekommen eine eigene Filiale und wenn du ein Online-Entrepreneur bist, du hast vielleicht ein Online-Business und findest das Thema spannend, möchtest auch gerne deinen Kunden die Möglichkeit bieten, in der virtuellen Welt in deine eigene Filiale zu kommen und deine Webseite von innen zu besuchen und zu erleben, hast du die Möglichkeit, mit unseren Experten bei MRSFX in Kontakt zu treten und dir dein eigenes, individuelles, nur für dich einzigartig erschaffenes Gebäude zu bekommen, mit dem du dann deine Marke, dein Business bei uns im Metaverse dann repräsentieren kannst. So, aber abgesehen davon geht es auch darum, einfach hier Anteile zu erwerben. Du besitzt einen Teil dieser virtuellen Welt und hier vorne steht ja immer dieser Begriff des NFT, das sind Non-Fungible Tokens, ja, das sind also digitale Objekte, die Besitztum digital festschreiben. Du kannst es so ein bisschen vorstellen, wie du erwirbst hier ein Stück Land und mit dem NFT, das ist so wie dein Grundbucheintrag. Du kannst also auf digitaler Ebene auf der Blockchain dann nachweisen, hey, das ist mein Stück Land. Hier, da sind die Koordinaten, da ist die Tokenadresse, steht bei mir im Wallet gespeichert, das gehört mir, ja, kann dir keiner mehr wegnehmen und dementsprechend wirst du dann später viele, viele Möglichkeiten haben, was du hier mit deinem Land so alles anfangen kannst, aber damit du nicht bis dahin warten brauchst, haben wir jetzt heute schon ein weiteres Produkt im Zusammenhang mit dem Land, worüber sich dein Land im Grunde wie von selber refinanziert, ja, auch sehr spannendes Thema, unsere virtuellen Miner-NFTs, die aber echte Rewards generieren, ja, virtuelle NFTs generieren echte Rewards in Form unseres hauseigenen Rewards-Tokens, der Gymnet-Token, den bekommst du ausgeschüttet, sobald du hier einen Miner erwirbst und auf deinem Land sozusagen platzierst, wobei das Ganze passiert also im Hintergrund vollautomatisch und wenn du dich dafür interessierst, setz dich einfach mit der Person, die dich hier eingeladen hat, zusammen oder schau dir unsere Video-Tutorials dazu entsprechend an, da wirst du Schritt für Schritt durchgeführt, ja, wie du hier dein Land erwirbst, dein Miner, das Ganze aktivierst und dann anfängst, deine Rewards zu verdienen, aber Thema Land und hier möchten wir ganz gerne mal Dubai als Beispiel anführen, wir haben unser Office registriert in Dubai, ja, wo wir dann vor Ort praktisch auch besuchbar sind, wenn man mal persönlich mit uns zusammenkommen möchte, wir haben auch regelmäßig Live-Events letztes Jahr schon mal zwei veranstaltet, im August, im Oktober waren wir dort, auch auf der Expo und deswegen ist Dubai einfach ein mega spannendes Beispiel, nicht nur, weil unser Office dort ansässig ist, sondern einfach, weil es eine imposante Stadt ist, man kann es gar nicht anders sagen, also man muss einfach mal da gewesen und es selbst gesehen und erlebt haben, ja, was da mitten in der Wüste aus dem Boden gestampft wurde, ist absolut enorm und überwältigend, aber was wir hier bei diesem Beispiel einfach mal dir verdeutlichen möchten, guck mal, das ist Downtown Dubai, wie es heute aussieht und das ist derselbe Fleck vor 20 Jahren, ja, in der realen Welt ist 20 Jahre, um sowas hier zu erschaffen, im Grunde nichts, aber jetzt übertragen auf die virtuelle Welt dauert das Ganze keine 20 Jahre, in unserem Fall wird es schon nächstes Jahr der Fall sein, dass du mit der VR-Brille bei uns eintauchen kannst ins Metaverse, aber was ist für dich jetzt hier der spannende Aspekt an dem Ganzen? Du weißt, okay, hier entsteht Downtown Dubai, ja, wir reisen jetzt mal in der Zeit zurück, ihr kennt zurück in die Zukunft, ja, Doc Brown kommt vorbei mit seinem DeLorean, sagt, ey Leute, ich habe hier eine Zeitmaschine gebaut, komm, steig ein, zack, 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 wir geben mal ein, nicht das Jahr 1955, sondern wir reisen jetzt mal ins Jahr 2000 zurück, ja, gerade mal 23 Jahre, wo, wie das früher hier aussah, mitten in der Wüste, wo heute Downtown Dubai steht und jetzt kommt einer vorbei, sagt, hey, möchtest du hier ein Fleckchen Land kaufen? Ihr kennt es vielleicht in Teil 2, ja, wo Marty dann dieses, diesen Sportalbanach kauft und dann, dann natürlich entstehen daraus ein paar negative Folgen, aber das ist nicht das, worum es hier geht, sondern diese Idee dahinter, die er hatte, nur du kennst die Sportergebnisse, dann gehst du wieder zurück in die Zukunft, kennst die Ergebnisse von damals und gehst dann hin und platzierst entsprechend deine Wetten und so ist es jetzt hier auch im übertragenen Sinne. Du hast jetzt die Möglichkeit, sozusagen, als würdest du in der Zeit zurückreisen, aber kennst die Ergebnisse aus der Zukunft bereits, ja, und bekommst jetzt das Angebot, hier dein Stück Land mitten in der Wüste zu erwerben. Hätte man dir das vor 20 Jahren erzählt, ja, hier stehen so ein paar Hochhäuser, wäre einer gekommen, hätte gesagt, boah, Dubai, hier wird mal die Megacity schlechthin entstehen, das wird der neue Krypto haben, vor 20 Jahren war Krypto noch gar kein Thema, ne, also alles so Sachen, hättest du vielleicht gesagt, nee, weiß ich nicht, was soll ich mit einem Stück Land in der Wüste, also, klingt ja spannend, aber, nee, danke. So, aber mit dem Wissen, dass dort mal Downtown Dubai entstehen würde, ja, eine riesige Stadt, wo megamäßig die Leute hin Urlaub machen, ja, weil sie auf den Burj Khalifa mal hochfahren wollen, in der Wüste Ausflüge machen wollen und so weiter, es ist ja einfach enorm, was man dort alles erleben kann, mit dem Wissen, dass du heute hast, dir da ein Stück Land zu kaufen, bin ich der Meinung, würdest du das Ganze schon ganz anders sehen und genau das im übertragenen Sinne, ne, mit dem, was wir gerade besprochen haben, aber gleich kommt noch mehr dazu, hast du jetzt genau diese Möglichkeit, du erwirbst sozusagen dein Stück Land in der Wüste, ja, nur im übertragenen Sinne bei uns in der virtuellen Welt, in dem Wissen, dass das hier dort entstehen wird und wir sind ja bereits da dran, du hast ja gerade gesehen, der Prototyp existiert ja bereits, die Firma, die das macht für uns, ist ein, da arbeiten Experten aus der Filmeindustrie, die visuelle Effekte generieren für Hollywood, Blockbuster, die verstehen ihr Handwerk, diese Leute, ja, und das ist das, was wir hier machen, wir erschaffen den ersten Finanzdistrikt im Metaverse und warum das auch ein wichtiges Thema ist, dass wir hier die Ersten sind und eine konkrete Nische bedienen, darauf wollen wir jetzt hier beim Thema Werbung nochmal eben einen Tick näher darauf eingehen und zwar folgendermaßen, jetzt haben wir drüber gesprochen, was man hier machen kann, unsere Geschäftspartner bekommen die Möglichkeit, in der virtuellen Welt ihre virtuelle Filiale zu eröffnen, um eben dieses Erlebnis eine komplett neue Kundenerfahrung bieten zu können und für euch ist es natürlich aus der Sicht derjenigen, die diese Kundenerfahrung machen, natürlich auch zusätzlich euer Vorteil, also wir bringen hier wirklich beide zusammen und generieren diese Win-Win-Situation, wo jeder einen Mehrwert daraus hat, aber jetzt gibt es noch ein weiteres großes Thema und zwar ein neuer Weg zu Werben, Werbung, ganz, ganz wichtiges Thema, egal worum es geht, ja, wer nicht wirbt, der stirbt, also ein Unternehmen, das bestehen möchte, muss werben, wie soll denn die Welt davon erfahren, was du für geniale Produkte anzubieten hast, wenn du sie nicht bewirbst, ihr kennt das auch, du läufst bei dir draußen in der Stadt rum, ja, und überall stehen Werbetafeln, du gehst an die Bushaltestelle, hast du da eine Werbetafel, du fährst mit der U-Bahn, hast du da in jedem Bahnhof Werbetafeln, du fährst über die Autobahn, hast du am Straßenrand teilweise auch Werbetafeln, überall, wo sich die Möglichkeit bietet, wo potenziell Laufkundschaft dran vorbeikommt, werden Werbetafeln platziert, nur hier ist es so, du läufst durch die Stadt, beziehungsweise jetzt mal, begeben wir uns mal jetzt in die Perspektive, in die Sicht des Unternehmens, das wirkt, jetzt weiß ich, okay, dort ist ein belebter Platz, am Tag gehen dort, weiß ich nicht, eine Million Menschen vorbei, so, dementsprechend ist das Potenzial, dass von diesen eine Million Menschen auch ein paar dabei sind, die meine Werbung wahrnehmen und vielleicht auch daraus resultiert, dann eine Handlung durchführen bei so und so viel Prozent, ja, und dementsprechend bezahlen sie dann mehr oder weniger für diesen Werbeplatz dort, aber von einer Million Menschen, die dort vorbeilaufen, es ist halt irgendjemand, du wirbst mitten in der Stadt, das kann jeder sein, ja, das kann der Handwerker sein, das kann der Banker sein, das kann ein Pilot, ein Busfahrer, weißt du nicht wer sein, ist der überhaupt an deinem Produkt interessiert, du weißt es nicht, alles was du weißt, es laufen eine Million Menschen dort vorbei, so, jetzt kommen wir ins Metaverse, aber nicht in irgendein Metaverse, wir kommen in den ersten Finanzdistrikt im Metaverse, wir wissen, wir erschaffen hier eine virtuelle Welt, aber nicht irgendeine, sondern eine virtuelle Welt mit einem konkreten Anwendungszweck, ich hatte ja bereits erwähnt, Decentraland, Sandbox, es gibt andere spannende virtuelle Welten, ja, die machen auch Spaß, aber da geht es mehr um das Thema Gaming, ja, die Leute kommen dahin eben wirklich in erster Linie, um einfach nur Spaß zu haben, da ist es auch so, ein Avatar machen, sich ein virtuelles Häuschen bauen, gesehen und, also sehen und gesehen werden und so weiter, Snoop Dogg gibt Konzerte im Metaverse, in der Sandbox und so weiter, findet alles bereits statt, allerdings hast du dort auch in der virtuellen Welt wieder dieselbe Situation, wenn du dort Werbung platzieren wolltest als Unternehmen, du hast keine Ahnung, wer die sieht und ob das für denjenigen relevant ist, wenn du jetzt ein Unternehmen bist im Bereich Finanzen, du hast Finanzprodukte anzubieten und du weißt, dort existiert eine virtuelle Welt, der ein Finanzdistrikt im Metaverse, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, die hier kommen, die Kundschaft, die hierher kommt, sich auch für deine Produkte interessiert, doch um ein Vielfaches höher ist, als dort drüben, wo, ja, Hinz und Kunst daran vorbeigelaufen kommen, wo würdest du dich entscheiden, deine Werbung zu platzieren? Ich behaupte mal, doch sehr wahrscheinlich dort, ja, wo du weißt, dass die Kundschaft auch grundlegendes Interesse, sage ich mal, daran hegt, weil die wissen ja auch, dass hier ein Finanzdistrikt im Metaverse entsteht. Die Community, die wir hier aufbauen, das sind alles Menschen, die interessieren sich für diese Themen, DeFi, Krypto, Finanzen im weitesten Sinne, Trading, was da vielleicht alles noch mit reinspielt, die wollen sich über diese Themen informieren, aber nicht irgendwo auf irgendeiner Webseite, sondern im Metaverse, ja, nämlich genau auf, ich spring nochmal hier zurück, auf diese Art, die komplett neue Kundenerfahrung, ja, aber um dort hinzukommen, musst du natürlich erstmal von den Anbietern erfahren, welche gibt es denn, welche Produkte haben die denn und da bist du natürlich und auch hier entsteht wieder eine Win-Situation, wenn du jetzt nochmal wieder aus deiner Sicht läufst, du durch die Stadt, siehst irgendwo eine Werbung, ist die für dich relevant? Vielleicht ja, in den meisten Fällen nein. Hier läufst du rum und jetzt ist nochmal ein wichtiger Unterschied, du hast die VR-Brille auf, du tauchst hier ein in diese Welt, du bist im Entdeckermodus, du läufst da nicht einfach nur rum, sondern du guckst dich um, du willst entdecken, du siehst, oh, wow, was ist denn hier? Spannend, oh, die Texturen, wie das alles gemacht ist, ist ja genial, sieht ja fast aus wie echt, du bist in einem ganz anderen State, würde man sagen, also so eine, deine Haltung in dem Moment, wie du drauf bist, ja, mir fällt jetzt nicht das deutsche Wort dazu ein, sorry, aber du bist eben wie in so einem Entdeckermodus und wenn du dich jetzt hier umschaust und siehst jetzt hier diese Werbetafeln, denkst du, Alpaka Finance, DeFi, spannend, da wollte ich doch eh mal was darüber erfahren, wo haben die denn jetzt hier ihre Koordinaten, aha, okay, dann gehe ich doch jetzt da mal hin, zack, läufst da hin, gehst rein in ihre Fiale, sagst, ey, informier mich mal, DeFi, wie funktioniert das Ganze hier und zack, schon haben Anbieter und Kunde zusammengefunden und genau das findet hier bei uns im Metaverse statt, ein neuer Weg zu werben, aber eben ist es für beide Parteien natürlich umso interessanter, denn die Anbieter wissen, sie haben ja eine Community, die sich dafür interessiert, die Community weiß, das, was sie gezeigt bekommen, ist für sie potenziell relevant, ja, somit haben wir auch wieder im Thema Werbung eine Win-Win-Situation geschaffen, aber es geht auch noch einen Schritt weiter, denn da gehen wir jetzt hier mal auf die nächste Folie, wir haben hier mehrere Arten, wie wir werben, werden bei uns, zum einen im Dashboard, ja, wenn du dich einloggst und siehst dort deine Übersicht, dann findest du da wahrscheinlich dann einen Werbebanner, wie es hier zum Beispiel bei CoinGecko der Fall ist, aber das kennst du von vielen Webseiten, das werden wir, da werden wir unser Dashboard dafür nutzen, um unseren Geschäftspartnern die Möglichkeit zu bieten, hier Werbung zu platzieren, dass wenn unsere Community sich im Dashboard einloggt, sorry, dass die das dann hier sehen, so das ist ein Werbeplatz, dann haben wir Land Ads auf der Karte, Ads sind also Werbeanzeigen, so sieht unsere Karte aus, aber das können wir doch eigentlich mal spannender uns live im Dashboard selbst anschauen, statt hier auf den Folien, guck mal, jetzt bin ich hier drin, das ist unser Dashboard, ja, Jim Street, unser Metaverse, du siehst hier schon, wir haben tatsächlich mehrere Metaverses, aber da gehen wir jetzt noch nicht weiter im Detail darauf ein, wir springen jetzt hier mal in unser primäres Metaverse rein, in Jim Street und da ist es so, dass wir hier eine Karte haben, die Map und auf dieser Karte kannst du hier schon sehen, ja, die grünen kleinen Kästchen hier, das sind alles Landparzellen, die noch verfügbar sind, die man noch erwerben kann, die blauen Flächen hier sind bereits verkaufte und auf diesen bereits verkauften Flächen siehst du teilweise, dass die Besitzer, die platzieren hier bunte Bildchen, ja, um zu zeigen, ey, das ist mein Stück Land, es gibt aber auch welche, hier zum Beispiel WorkIn, haben wir bereits erwähnt, hier Alpaka, äh, Alpaka sag ich schon, Albank Exchange hat hier schon sein Logo platziert, ja, aber auch andere, die, ich hatte ja gesagt, du bist Online-Entrepreneur, du hast vielleicht ein Geschäft, hier EDF Groups zum Beispiel oder, äh, KB 53 ist das hier, glaube ich, alleine auf die Idee zu kommen, ha, ich erwerbe mir ein Stück Land, mache hier ein QR-Code, scan me, mal ganz ehrlich, bist du nicht versucht, jetzt mal mit deinem Telefon den QR-Code einzuscannen, um zu checken, was, was verbirgt sich hier dahinter, das ist Werbung und das bieten wir auch eben unseren Geschäftspartnern an, hier auf der Karte zu werben, jetzt haben die zwei Möglichkeiten, sie können schauen, okay, zum Beispiel, gehen wir mal hier hin, hier ist jetzt noch, äh, mehr Platz, ja, hier sind noch viele freie Flächen, da kann ich mir jetzt hier mein Stück Land erwerben, dafür 7.830 Dollar bezahlen und kann dann hier mein Logo auf der Karte platzieren, hat einen großen Vorteil, die bezahlen nur genau ein einziges Mal einen Fixpreis für ihren Werbeplatz und dann gehört er ihnen, also aus Sicht der Unternehmen ist das natürlich ein riesengroßer Vorteil, denn normalerweise, wenn du Werbung buchst auf Webseiten, bezahlst du ja pro Traffic, ja, entweder Pay per View, also so viele Sichten oder wie oft drauf geklickt wurde, aber je mehr Views oder Klicks du bekommst, desto mehr musst du dafür bezahlen, es ist also immer abhängig davon, von dem, von der Anzahl, ja, und wenn jetzt eine Webseite mehr Besucher im Monat hat, wird der Werbeplatz entsprechend teurer, hier dagegen kannst du jetzt frühzeitig dir deinen Platz sichern, zum bestmöglichen Einstiegspreis, denn der Preis der Landparzellen wird auch mit der Zeit höher werden und du weißt, du bezahlst genau einmal diesen Betrag und auf lange Sicht gesehen ist das ein Schnapper und hast hier auf Lebenszeit im Finanzdistrikt, im Metaverse auf der Karte deinen Werbeplatz, so umgekehrt aber, wenn du jetzt jemand bist und du hast hier zum Beispiel die Person hat sich hier Land gekauft und platziert aber kein Logo da drauf, wirst du später die Möglichkeit haben, deine Landparzellen oder deinen, deinen, deinen Platz hier auf der Karte zu vermieten, dass ein Unternehmen kommen kann und sich von dir Werbeplatz mieten kann, vielleicht will nicht jeder gleich was kaufen, die sagen sich, nee ist okay, ich zahle lieber Miete dafür und platziert dann bei dir dein Logo und du bekommst dafür anteilig etwas ab von den Umsätzen, die aus diesen Werbeeinnahmen entstehen und auch hier wieder Win-Win-Situation, du merkst schon, alles ist darauf ausgerichtet, dass sowohl unsere Geschäftspartner, die wir hier reinholen ins Metaverse, als auch die Community, die wir hier alle gemeinsam aufbauen, dass jeder immer einen Vorteil aus dem Ganzen hat, das wir hier machen, ja, also das sind die Land-Ads auf der Map und das andere, darüber hatten wir bereits gesprochen, hier die Billboard-Ads dann in der 3D-Virtuellen Welt, wenn du dann dort herumläufst, dann siehst du die und die Unternehmen können hier entsprechend auch Werbeplatz buchen, aber auch hier, wenn dieses Stück Land dir gehört, du hast dir dieses Gebäude dort errichtet und diese Werbetafel dort angeheftet, ja, es wird später eben solche Möglichkeiten geben, wenn wir unseren NFT-Marketplace dann eröffnen und dir dann weitere sogenannte Ästhetik-NFTs anbieten, die du dann nutzen kannst, um zum Beispiel Gebäude zu errichten auf deinem Land und so weiter, es dir hübsch zu machen, in der virtuellen Welt, wirst du auch die Möglichkeit bekommen, an deinen Gebäuden Werbetafeln zu installieren und diese Werbeplätze dort dann an Unternehmen zu vermieten und die Mieteinnahmen, die teilen sich auf, ein Anteil bekommt eben der Landbesitzer, ein Anteil fließt in unseren Buy- und Burn-Mechanismus zur Stabilisierung unseres Rewards-Tokenpreises und ein Anteil fließt in die Company, praktisch, das wir dann wieder nutzen können, um weitere Werbemaßnahmen durchzuführen, um weitere Unternehmen zu akquirieren, sich hier Gymstreet anzuschließen. So, und jetzt kommen wir noch zum letzten spannenden Thema, was das Starter-Webinar angeht. Jetzt hast du das Ganze gehört und denkst, boah, ist ja spannend, also nehme ich zumindest mal an, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, beziehungsweise wir alle hier, die wir bei Gymstreet arbeiten, sind mega begeistert von unserem eigenen Produkt, weil es ist einfach innovativ, wert, zukunftsweisend neuer Trend, man ist so am Anfang von etwas Neuem, man kommt dir so ein bisschen vor wie Kolumbus, der unterwegs ist, Amerika zu entdecken, nur wir erschaffen halt hier eine neue Welt, ja den ersten Finanzdistrikt im Metaverse, in der virtuellen Welt, aber wie wollen wir denn jetzt Wachstum generieren? Und da kommt jetzt dieser Punkt zum Tragen, ja, wie du dabei sein kannst und hier auch mitmachen kannst, normalerweise müsste ich hier eine etwas gekürzte Fassung haben, habe ich jetzt nicht, deswegen zeige ich dir jetzt trotzdem, gehe jetzt nicht weiter auf die Details hier ein, ja, wir haben einen Affiliate-Plan, Affiliate-Marketing kennst du bestimmt, ich benutze mal gerne das Thema Tupperware, diese Plastikdosen, fast jeder hat so ein Ding, die meisten von uns benutzen sie auch regelmäßig, sei es um Speisen aufzubewahren, damit die nicht so schnell verderben im Kühlschrank oder wenn du dein Mittagessen mitnimmst, dein Frühstück mitnimmst zur Arbeit, ja, man benutzt immer diese Tupperdosen dafür, so, jeder kennt das, jetzt frage ich dich mal eins, alle kennen Tupperware, hast du schon mal irgendwo eine Werbung von Tupperware gesehen? Also ich persönlich noch nicht, so, und das ist das Geheimnis von Affiliate-Marketing, das ist genau dasselbe Wachstumskonzept, was so viele Unternehmen wie zum Beispiel Tupperware, ich benutze es deswegen, auch wenn es mit virtuellen Welten jetzt nichts zu tun hat, dieses Beispiel gerne, weil es eben jeder kennt, ja, klar, Jim Street in dem Sinne kennt noch nicht jeder, aber es ist dasselbe Wachstumskonzept, Mund-zu-Mund-Propaganda, statt jetzt hier 68% unserer Einnahmen in irgendwelche Werbemaßnahmen zu investieren, wo wir auch jetzt nicht so genau abschätzen können, was daraus an Rückflüssen kommt, ja, oder wie viele, wie wir unsere Community dadurch steigern können, geben wir einfach 68% aus an diejenigen, die unser Produkt bewerben und neue Mitglieder anwerben, die dann hier der Community sich anschließen und eben zum Wachstum insgesamt beitragen und so hättest auch du die Möglichkeit und man muss ja nicht immer gleich ein hauptberufliches Unternehmen daraus machen, ja, du kannst doch nebenbei sagen, Mensch, ich finde das hier spannend, ich habe jetzt hier auch mein Stück Land im Metaverse erworben, erzähle ich doch mal hier meinem Nachbar, meiner Freundin, Bruder, Schwester und so weiter davon, ob die nicht auch Lust darauf haben, ja, sich hier einem neuen Trend anzuschließen und ihr eigenes Stück Land in einer virtuellen Welt am Anfang der Entstehungsphase zu erwerben, ich erinnere dich nochmal daran, du erwirbst das hier in dem Wissen, dass dort dieses hier entstehen wird, aber eine Frage nochmal hierzu, wann denkst du, ist dein Stück Land mehr wert? Jetzt, wo wir uns noch in der Wüste befinden oder 20 Jahre später, wenn dort Downtown Dubai steht, ja, das ist genau das, was du hier die Möglichkeit hast und somit hast du jetzt aber darüber hinaus noch die Möglichkeit, wenn du das gerne nutzen möchtest, auch ein bisschen Vermittlungsprovisionen daran zu verdienen, wenn du hier neue Partner wirbst, darüber hinaus haben wir verschiedene Boni noch, ja, wo man auch an den Gesamtumsätzen über die eigene Teamstruktur mit beteiligt werden kann. So, ein Punkt, den ich aber nochmal besonders ansprechen möchte, das machen wir am besten mal live im Dashboard, das ist der folgende und zwar, wenn wir hier mal gehen in unsere Partner Area, dann haben wir hier den Global Line Bonus. Das ist ein besonders spannendes, ja, Produkt nenne ich es jetzt auch mal, ein besonders spannender Teil unseres Affiliate Marketings, denn das hier ist eine Provision, ja, eine Art Vermittlungsprovision, an der jeder beteiligt wird. Vier Prozent der gesamten Umsätze, die hier weltweit generiert werden, fließen in diesen Global Line Bonus und du kannst es dir vorstellen wie so eine Perlenkette, ja, eine, wie eine Linie, aber wir nehmen uns jetzt mal die Linie, ist eine Kette und wir reihen Perlen darin auf und daraus entsteht dann eine Linie und immer die nächste Perle, die eingereiht wird, wäre praktisch ein neuer Kunde, so, und alle Perlen, die bereits drauf sind auf der Kette, verdienen an den Umsätzen, ja, was die nächste Perle, die eingereiht wird, generiert, verdient man ein Stück daran mit und gemessen daran, was du selber für ein Produkt erwirbst und wie viel du dafür ausgibst, je nachdem, du siehst es hier, wenn man zum Beispiel im Wert von 100 Dollar bei uns NFTs kauft, das kann eine Landparzelle sein oder zum Beispiel können das zwei Miner sein, dann bekommst du dafür einen Anteil, mit dem du an dieser Global Line mitverdienst, ja, wenn du jetzt im Wert zum Beispiel 17.500 Dollar bekommst du 300 Anteile, dementsprechend, wenn jetzt Umsatz generiert wird, ja, diese vier Prozent werden dann aufgeteilt auf die Anteile in dieser Global Line und je mehr Anteile du hast, logischerweise, desto größer ist dein Stück vom Kuchen und somit hat man nochmal eine zusätzliche Einnahmequelle generiert, ja, die Global Line läuft immer für 90 Tage, die ist jetzt noch 65 Tage lang gültig, wenn du zum Beispiel heute dich entschließen solltest, hier dein Stück Land im Metaverse zu erwerben, wirst du in den folgenden 65 Tagen noch an den Umsätzen all derer, die sich nach dir einreihen, daran mit partizipieren, je höher dein Eigenumsatz, also praktisch der Wert deiner erworbenen NFTs hier, desto höher sind auch deine Anteile eben an dieser Global Line. So, jetzt muss ich nochmal eben zurückspringen hier zu PowerPoint, um zu sehen, was da noch kommt, ja, und jetzt noch ein wichtiger Punkt, aber den schauen wir uns auf der anderen Folie an, dann gehe ich jetzt hier erstmal kurz wieder raus, so, und komme rüber in die andere, was für heute angedacht war, denn, so, und jetzt kommen wir eigentlich schon, jetzt haben wir den fließenden Übergang auch zu den Updates, für alle, die neu dabei sind, nochmal wichtig zu wissen, du kannst einzelne Landparzellen erwerben, einzelne Miner, die dort platzieren und diese Rewards verdienen und so, es sprengt jetzt hier leider den Rahmen, das nochmal weiter im Detail alles hier darzustellen, wichtig zu wissen ist, und da musst du jetzt dann dich bitte nochmal mit der Person, die dich eingeladen hat, hier ins Webinar, jemand anderes, der wahrscheinlich hier als das Affiliate-Marketing nutzt, hat dich eben eingeladen und wenn du über den Affiliate-Link von dieser Person jetzt hier etwas erwirbst, wird der dann daran die Provision verdienen, aber natürlich ist es auch dann in dem Interesse dieser Person, die dich eingeladen hat, dich so ein bisschen hier einzuführen, dich einzuweisen, dir zu zeigen eben, wie du die ersten Schritte gehen kannst, ja, für dich wichtig zu wissen einfach, wir haben vier sogenannte Super-Bundles, so, und wenn du die Länder und Miner in Form eines Super-Bundles erwirbst, da springen wir doch einmal nochmal kurz zurück hier in unser Dashboard, die siehst du nämlich hier, ja, das sind unsere Special Offers, zur Zeit haben wir noch eine Extra-Discount-Aktion am Laufen und hier siehst du, nehmen wir mal an, dieses erste Super-Bundle, hier R6, darin befinden sich drei Landparzellen und zwölf Miner und noch ein Upgrade, das Upgrade hat einfach zur Folge, dass du auf deiner Landparzelle insgesamt mehr Miner positionieren kannst oder platzieren kannst, so, aber was für dich jetzt spannend ist, normalerweise hätten diese drei Länder und zwölf Miner einen Wert von 948 Dollar. Wir haben standardmäßig schon einen Bundle-Discount, ja, und das sieht man hier auf dieser Folie schön, diese 948 Dollar, normalerweise bekommst du diese drei Landparzellen und zwölf Miner, die sich darin befinden, für 790 Dollar, also mit 17% Rabatt. Jetzt haben wir zur Zeit aber noch eine Zusatz-Rabatt-Aktion, 15% Extra-Discount, nämlich als wir mit der neuen Global Line gestartet sind, haben wir die Extra-Discount-Aktion auch gestartet, das heißt, du bekommst 17% plus nochmal 15%, also statt 948 zahlst du auch nicht nur 790, sondern jetzt nur noch 648. Und wir legen noch einen drauf, damit sind wir jetzt hier bei unserem NFT-Turbo für neue Mitglieder, wenn du nämlich innerhalb von sechs Tagen ab dem Zeitpunkt, wo du dich hier registriert hast bei Gymstreet, deine Kaufentscheidung triffst und auch umsetzt, sprich dir eines dieser Super-Bundles hier erwirbst, bekommst du nochmal on top bis zu 10% Discount zusätzlich. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier bei dem größten, beim R22, da springe ich jetzt noch einmal hier rüber, ich hoffe, du kannst mir noch folgen mit meinem Hin- und Hergespringe, wir befinden uns jetzt hier wieder im Dashboard, hier kannst du das Super-Bundle jetzt sehen und du könntest das jetzt hier erwerben, und da siehst du, bei dem R22 befinden sich dort 90 Landparzellen und 360 Miner und nochmal weitere 25 Upgrades. So, diese 90 Landparzellen und 360 Miner hätten normalerweise einen Wert von 28.440 Dollar. Wie kommen wir darauf? Nun, weil normalerweise eine einzelne Landparzelle eben 116 Dollar kostet und der einzelne Miner 50 Dollar und wenn du das zusammengerechnet jetzt hier nimmst für die Anzahl kommst du auf 28.440 Standardmäßig und jetzt hüpfen wir wieder zurück Standardmäßig hättest du mit 35% Bundle-Discount würdest du das Ganze zum Preis von 18.433 kriegen, was ja auch schon ein Schnapper ist, ja, verglichen zum normalen Preis, aber jetzt kannst du nochmal 15% dazu rechnen, das heißt, du zahlst jetzt nur noch die Hälfte, 14.167, ja, die Hälfte hiervon und wenn du komplett neues Mitglied bist und dieses R22 Super Bundle innerhalb der ersten 6 Tage erwirbst, kriegst du nochmal weitere 10% on top, das heißt, in Summe hast du jetzt 60% Rabatt, also zahlst du statt 28.440 jetzt nur noch 11.323, natürlich wird nicht jeder gleich hier mit dem großen R22 starten, ja, das ist natürlich, sag ich mal, gemessen an dem, an dem möglichen Discount, an dem Rabatt, den man hier bekommt, ja, hast du hier den größten Mehrwert, ja, pro Dollar, den du bezahlst, aber für jeden ist hier sicherlich das passende Bundle dort dabei, ja, angefangen beim R6, das wäre dann so das Einstiegsmodell, aber auch hier in der Mitte bekommst du definitiv einen guten Deal mit unseren Super Bundles und wenn du dich und wenn du dich jetzt fragst, ja, was sollen denn diese Bezeichnungen hier, R6, 10, 15 und so weiter, R steht für Rank, wiederum besonders spannend, solltest du auch nur im Entferntesten mit dem Gedankenspielen auch unser Affiliate-Marketing-System nutzen zu wollen, um hier auch ein bisschen Provisionen zu verdienen für das Bewerben unserer Produkte, bekommst du sofort, ohne irgendwelche weiteren Qualifikationsmaßnahmen, die du sonst normalerweise erfüllen müsstest, um die Ränge freizuschalten, nur durch den Erwerb des Super Bundles bekommst du sofort, wo ist denn jetzt mein Mauszeiger hier, diese Ränge dort, wie sie hier gezeigt werden, freigeschaltet. Das heißt, wer sich das R22 Super Bundle heute kauft, wird sofort im Rang 22 in unserem Affiliate-System freigeschaltet, wo du normalerweise, ich glaube, das einen 1,5 Millionen Team-Umsatz erst mal generieren müsstest, um überhaupt dort hinzukommen, kauf dir einfach das Super Bundle, kannst du sofort über 22 Ebenen in unserem Affiliate-Plan Provisionen verdienen. So, aber jetzt kommt der Catch, wir sind schon etwas fortgeschritten. Hier siehst du es, 30 Tage New Global Line Kickstart Promotion. Diese 30 Tage, die sind Ende dieser Woche zu Ende. Das heißt, wir haben heute Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bis Freitagabend hast du noch die Möglichkeit, hier von diesen 15% Extra-Discount plus bis zu 10% Neukundenrabatt sozusagen, dir abzuräumen. Ja, das heißt, diese Preise, die wir jetzt hier sehen, haben Gültigkeit noch bis zum Ende der Woche. Dann ist zumindest dieser Teil hier erst mal finito. Diese 15% Kickstart-Promo ist dann zu Ende, läuft aus, gibt es nicht mehr. Ja, es wird sehr wahrscheinlich dann eine andere Art von Promotion geben, aber was genau, das wollen wir jetzt noch nicht verraten, das seht ihr dann, aber es wird auf jeden Fall mal weniger werden als hier diese 15%, sprich, wer heute das Ganze hört und denkt, okay, feine Sache, würde ich gerne dabei sein, mir mein Stück Land sichern, ja, im ersten Finanzdistrikt, im Metaverse, mit dem Super Bundle, bekomme ich hier bis zu 60% Rabatt in Summe, ja, also im Wert von 28.000 für gerade mal 11.000 Dollar Land und Miner zu bekommen und diese Miner übrigens, du verdienst ja darüber diese, die Gymnet Rewards, und auch die werden im Laufe der Zeit im Wert steigen, ja, so jemand, der vor 10 Jahren mal mit Bitcoin Mining angefangen hat, als das Ding noch ein paar Cent nur wert war, der ist auch durch mehrere Zyklen bereits gegangen, um tausende Prozent gestiegen, wieder 80% gefallen, wieder tausend Prozent gestiegen, wieder 80% gefallen, zuletzt sind wir 78% gefallen, jetzt wieder ein bisschen gestiegen, aber du merkst, diese Auf- und Abbewegung, wenn man jetzt rauszoomt, langfristig betrachtet, hast du eine durchgehende Aufwärtsbewegung, ja, im Durchschnitt gesehen, so, und bei uns wird es so sein, alles worüber wir hier gesprochen haben, Unternehmen, die bei uns werben, die Werbeplätze buchen, ja, ich hatte es ja erwähnt, ein Teil bekommt der Landbesitzer, ein Teil fließt in den sogenannten Buy- und Burn-Mechanismus, was bedeutet das? Wir kaufen den eigenen Token von der Börse zurück, verbrennen ihn, sprich, nehmen ihn aus dem, entziehen ihn der Umlaufmenge, ja, und das wird langfristig gesehen, den Effekt haben, dass heute haben wir eine Token-Inflation durch die Herausgabe, ja, dieser, dieser Miner-Rewards, aber langfristig wirken wir mit einem deflationären Mechanismus dem Ganzen entgegen. Nun ist das nichts, was sich über Nacht sofort auswirken kann, ja, da kommen natürlich dann immer wieder Rückfragen, so auch aus der Community, müssen wir leider einräumen, das Ganze ist langfristig zu betrachten, ja, wenn du denkst, okay, heute in der Wüste ist noch nicht viel los, nächstes Jahr steht hier Downtown Dubai, wenn dann die Leute hier rein strömen, weil sie einfach mal hier mit dabei sein wollen, weil das Ganze immer mehr Kreise gezogen hat, denk nur an Tupperware, die haben auch irgendwann mal irgendwo klein angefangen, kennt heute fast jeder auf der ganzen Welt, ja, es, ich weiß nicht, ob wir auch dann weltweit bekannt werden mit, mit Jim Street, definitiv ist das natürlich auch das Ziel hier, aber wir werden, oder wir sind ja schon dabei, unsere Kreise zu ziehen, ja, Frank hat vor wenigen Wochen angefangen vor Ort in Frauenfeld seine, seine Live-Veranstaltung zu machen, es kommen jede Woche mehr neue Besucher mit dazu und die bringen auch immer wieder neue Interessenten mit, das zieht Kreise, wir sind in Korea, haben wir große Communities, ja, nächste Woche fliegen Frank und Claudio rüber nach Korea, live, nach Japan, sorry, in Japan, Live-Event, dort haben wir eine große Community, Korea-Community, Philippine ist gerade am Entstehen, Schweiz ist am Entstehen, Deutschland, ja, werden wir auch immer mehr, also auch hier Europa, demnächst ist geplant, auch in Südafrika, einen extra speziellen Finanzdistrikt aufzumachen, das hatten wir uns ja hier einmal kurz angeguckt, für dich zum Verständnis, was das soll, es wird eben verschiedenartige Artete Finanzdistrikte geben, die du dann bei uns in unserem Metaverse nutzen kannst, ja, und du kannst dir dann aussuchen, möchte ich gerne hier in Gymstreet mein Land haben, möchte ich gerne im japanisch angehauchten Kabuto-Show, CashFT ist im Zusammenhang mit unserer Crypto-Card, hier bekommst du dein Land nur, wenn du eine unserer, wenn du so eine CashFT-Karte kaufst und so weiter, es kommen immer mehr und mehr und mehr Anwendungszwecke hinzu und für alles wird immer irgendwo direkt direkt oder indirekt auch unser Gymnet-Token zum Einsatz kommen oder aber einen Anteil der Umsätze in diesen Buy- und Burn-Mechanismus fließen, um langfristig immer wieder wichtig zu betonen, wir haben hier eine langfristige Unternehmung, ja, das ist nichts, wo wir von heute auf morgen explodierende Preise sehen, aber langfristig gesehen, hast du hier die Möglichkeit, frühzeitig einzusteigen in eine Unternehmung mit langfristigem Potenzial, die Frage ist halt, möchtest du dir dein Stück Land in der Wüste erwerben, oder möchtest du warten, bis dort Downtown Dubai entstanden ist, wo du vielleicht für denselben Preis, wie du jetzt noch ein Stück Land bekommst, froh wärst später überhaupt noch ein Apartment in einem der vielen Hochhäuser dort erwerben zu können, also das nur mal, um da nochmal den Kontext zu bilden. Gut Leute, jetzt habe ich noch als letztes für euch nochmal zurück zum Affiliate-Plan, diejenigen, die bereits aktiv sind als Affiliates, ihr wisst ja, wir haben diese Verwaltmesseln, im Dashboard auch schon live geschaltet worden. Es gibt hier die Leadership Incentives, da kannst du, wenn du als Affiliate aktiv bist und du erreichst gewisse Umsätze und baust Teammitglieder auf und hilfst denen auch erfolgreich zu werden, kannst du hier sogenannte unsere Award-Pins, also Auszeichnungen verdienen und mit Erreichen dieser Auszeichnungen bekommst du auch einen Cash-Bonus. und wer zum Beispiel den Silver-Pin erreicht, bekommt 500 Dollar Cash-Bonus. Wer den Gold-Pin erreicht, bekommt normalerweise 1500 Cash-Bonus. Wir haben aber jetzt, gerade heute, eine Aktion gestartet, das wird morgen auch in den Gruppen nochmal bekannt gegeben, ist gestern angesetzt worden, ja, in den Leader-Meetings, dass wir diese Aktion starten wollen, haben es unsere Entwickler auch direkt umsetzen können. aktuell, und diese Promo-Aktion soll vorerst mal bis Ende April, voraussichtlich Ende Mai laufen, beziehungsweise, ja, hier haben wir es ja angekündigt, 60 Tage soll das Ganze jetzt laufen, verdienst du nicht nur 1500 Cash-Bonus für das Erreichen des Gold-Pins, sondern 2000, also mal 800 Dollar, sorry, habe ich Euro gesagt, ich meine natürlich Dollar, 800 Dollar mehr. Beim Platin-Pin, wenn du den erreicht hast, bekommst du normalerweise 3000. jetzt während dieser Aktion 1500 Dollar on top, also 4500 Cash-Bonus. Dann beim Diamond-Pin war es eigentlich vorgesehen, diejenigen, die diesen Rang erreichen, auf eine Reise einzuladen, den Diamond-Trip. Nun kam da aber die Rückmeldung, dass kurzfristig die Leute einfach erstmal Cash verdienen möchten, ja, und wir haben noch nicht viele, die diesen Rang auch erreicht haben, dementsprechend, ja, haben wir uns darauf eingelassen, zu sagen, okay, dann nehmen wir vorübergehend den Trip hier raus und wer den Diamond-Rank hier erreicht, ja, indem er 350.000 Umsatz generiert und drei Platin-Partner an seiner Teamstruktur aufgebaut hat, der bekommt 10.000 Dollar Cash-Bonus. Und jetzt gibt es noch eine zusätzliche Sache, noch weiterhin, aber bevor ich darauf eingehe, um auch denjenigen, die jetzt hier neu dabei sind, nochmal kurz euch abzuholen. Unser Affiliate-System ist eben über 25 Ebenen aufgebaut, ja, du kannst also über 25 Ebenen Partner werben, die wiederum Partner werben, die wiederum Partner werben und so weiter und dann auch indirekt eben Provisionen dort verdienen. Auf der ersten Ebene, deinen direkt geworbenen Partner, verdienst du 10% an den Umsätzen, ja, und diese 10%, die werden jetzt nochmal verdoppelt. Und zwar werden wir voraussichtlich nächste oder übernächste Woche hier diese Aktion dann auch noch starten, da muss ich mal auf die Folie hier springen, dass wir dir zusätzlich zu den 10%, die du standardmäßig sowieso schon verdienst für deinen Firstline-Direct-Sales-Bonus, das sind eben deine Firstliner, also direkt geworbenen Partner, kriegst du zu den 10%, die du dort schon verdienst, nochmal zusätzlich weitere 10%, die dir in Gymnet ausgezahlt werden. Die kannst du dann zum Beispiel in den Single Pool legen, um darauf noch ein paar zusätzliche Zinsen zu verdienen oder kannst sie eben halten für später, wenn dann weitere Anwendungszwecke hier hinzukommen. Kannst sie aber auch zum Beispiel nutzen, wenn du deine Cash-FT-Karte bestellen möchtest, wo du auch dann Gymnet-Token brauchst, um die zu erwerben. So, das war es jetzt einfach mal in Gänze für das heutige Webinar, also für die Neueinsteiger, denke ich, war es erstmal nochmal jetzt ein spannender Rundumschlag, dass du Bescheid weißt, was wir hier eigentlich machen bei Gymstreet, dem ersten Finanzdistrikt im Metaverse. Du kannst hier virtueller Landbesitzer werden, dir frühzeitig eben deinen Anteil an dieser Welt, die hier am Entstehen ist, sichern, mit den virtuellen Minern, die dein Land automatisch ja schon mal refinanzieren vorweg. Mit unserem Affiliate-System hast du auch die Möglichkeit, durch Partnerwerbung Provisionen hier zu verdienen. Jeder, der bei uns Land, Miner, Bundles, was auch immer, NFT-Produkte erwirbt, ist automatisch auch bei der Global Line mit dabei. Das heißt, du verdienst anteilig Provisionen an all derer, die nach dir mit dazukommen und hier auch Umsatz generieren, verdienst du immer ein bisschen was mit daran. Und dann, wie gesagt, war eigentlich vorgesehen, ja, den Jordan Markov heute hier als Special Guest mit dabei zu haben. Da werden wir euch dann nochmal informieren, wann wir das Ganze hier nachholen. Das solltest du auf gar keinen Fall mal verpassen. Großartiger Mensch, wie gesagt, aber auch einfach mal spannend zu hören von ihm persönlich, ja, das ganze Thema Visual Effects. Wie funktioniert das? Wie ist das aufgebaut? Wie machen wir das eigentlich? Und was wird demnächst noch alles kommen? Woran arbeiten sie aktuell gerade bei der Umsetzung, ja, für das Entstehen unserer virtuellen Welt? und hier, darüber hatten wir gerade schon gesprochen, diese Aktion ist jetzt noch bis zum 7.4. gültig, also, wer mit dem Gedanken spielt, hör auf mit dem Gedanken zu spielen, setz ihn lieber um und nutze jetzt noch die Möglichkeit, hier dir eines unserer Super Bundle wirklich zum exklusiven Vorteilspreis zu sichern, denn diese Preise hier werden wir sehr wahrscheinlich, wenn überhaupt, niemals wieder sehen. und das Ganze wird sich dann auch noch bald ändern, denn die Zusammensetzung der Super Bundles wird auch noch mal neu überarbeitet. Auch noch ein wichtiger Punkt, darauf gehe ich noch mal eben hier ein. Hier haben wir es ja gesehen, wenn wir zum Beispiel mal uns das R22 jetzt hier noch mal anschauen, aktuell bekommst du 90 Landparzellen, 360 Miner. Dieses Verhältnis, ja, da sind jetzt die Kollegen in der Entwicklungsabteilung gerade dabei, das Ganze neu zu strukturieren, neu zu berechnen. Hier wird das Verhältnis ein bisschen geändert, sodass in Zukunft also mehr Landparzellen, bisschen und weniger Miner in den Super Bundles enthalten sein werden. Natürlich vom Wert her, ja, nimmt es sich nichts, du bekommst also immer noch denselben Mehrwert, ja, für den Preis und den Discount und also den Rabatt und das Ganze. Allerdings wirst du dann nicht mehr 90 Landparzellen und 360 Miner, sondern zum Beispiel, ja, ich denke mir das jetzt gerade aus, 120 Landparzellen und 300 Miner kriegen. Die Zahlen stehen noch nicht ganz fest, da wird jetzt gerade geschaut, ja, wie kann man das Ganze denn anders im Verhältnis sinnvoll zusammenstellen. Nur wichtig für dich zu wissen, jetzt im Moment noch gibt es mehr Miner, das heißt, wer heute das Super Bundle erwirbt, hat nicht nur den Riesenvorteil, das jetzt noch mit dieser 15% Rabattaktion plus 10% Neukundenrabatt, ja, das ist ja hier der NFT Turbo, hat nicht nur die Möglichkeit, da das Ganze mitzunehmen, sondern eben dementsprechend auch noch mehr Miner zu bekommen, anteilig im Super Bundle, das heißt, du kannst mehr Gymnet Rewards verdienen, so wie die Super Bundle jetzt aktuell noch zusammengestellt sind, ja. Und jetzt nochmal, kleine Werbung für nächste Woche, da haben wir einen weiteren Special Guest hier eingeladen, und zwar den Armin Derak von My Dubai Setup, ja, hier der Armin Derak hat sich spezialisiert darauf, wenn du ein Unternehmen in Dubai gründen möchtest, das ist zum Beispiel, wer hier mit einem Affiliate Business startet und, sag ich mal, du kommst jetzt in die Region, wo du, ja, höhere fünfstellige bis vielleicht sechsstellige Einnahmen generierst hier oder auch mehrfach sechsstellige Einnahmen, haben wir alles, ja, bei denjenigen, die hier vollberuflich dabei sind als Affiliate Partner oder du hast bereits eine Unternehmung und generierst entsprechend Einnahmen und interessierst dich dafür, wie du das, sag ich mal, steuerlich vergünstigt über eine Dubai Company umsetzen kannst, deine Unternehmung, dann solltest du auf jeden Fall nächste Woche hier mit dabei sein beim Spezialwebinar mit Armin Derak, denn das ist genau das, worauf er sich spezialisiert hat, dich dabei zu unterstützen in Dubai, was eben also dir die Möglichkeit bietet, enorme Steuervorteile dort für dich, dir zu sichern, ja, wenn du dein Unternehmen dort ansiedelst, Firmengründung in Dubai, darum wird es hier nächste Woche gehen mit unserem Special Guest Armin Derak und dann nochmal abschließend hier unser Linktree, ja, einfach mal den QR-Code abscannen beziehungsweise merk dir hier den Link dazu, linktr.ee slash gymnet, dort findest du unsere, alle unsere Social Media Kanäle zusammengefasst auf einer einzigen Seite, ja, du findest uns auf Facebook, Instagram, Twitter sind wir unterwegs, YouTube, sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall solltest du unseren YouTube Kanal abonnieren, aber eben auch bei Telegram unbedingt mit dabei sein, damit du immer die neuesten Updates hier von uns bekommst, wenn wir sie teilen. So, dann soll es das erstmal bis hierher gewesen sein, ich hole mir mal meine, mein Zoom Menü hier zurück, verabschiede ich mich von dem offiziellen Teil, bevor wir gleich in die Verlosung der Landparzelle gehen für alle Live-Teilnehmer hier heute in unserem Special Webinar Gym Street für die deutsche Community. Also, besten Dank, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche dann.